Wenn du dem Weg folgst, da stinkt's nämlich nach Goblins. Die haben sich in meinem Stollen breit gemacht, als ich hier am Schuften war, mit meiner Spitzhacke. Ja, das haben sie, die frechen Viecher. Und seither muss ich hier schlafen. Da stinkt's nach Goblins. Da könnte ja rein theoretisch sein, dass dort auch Lorne gewesen war und dort das Holzbein verloren hat. Das wär jetzt wirklich mal gut, wenn ich auf diesem Wege dann auch gerade das Holzbein noch finden würde. Ja, hab ich mir jetzt auch schon gedacht, als er gesagt hat, das ist in dem anderen Stollen, dass ich jetzt hier in den südlichen Eingang muss. Gut, oh, was ist hier? Da war doch irgendwas. Achso, nee, das war das Schild, okay. Okay. Ähm, wird das passen? Ja, das wär auch gerade im Süden der, ja Quatsch, im Osten des Dingens. Und da unten sind schon die ersten Goblins. Weiter unten steht ein Wildschwein, aber das kommt erst als nächstes dran. Und zuerst mach ich mal die, oh shit, die beiden Goblins hier platt. So, das war's mit den Viechern. Äh, ah, okay. So, wo ist der Goblin? Hier. Da haben wir ihn. Dann probieren wir jetzt gegen dieses Wildschwein, machen wir einen tollen Feuerball aus. Oh, da kommt noch eins von der Seite. Jetzt wollen sie mich doch hier tatsächlich zu zweit attackieren. Bringt allerdings nicht viel. Oh. Oh, shit. Das hat gesessen, der nicht. Bis das wiederkommt, loot ich mal gerade das erste Wildschwein. So. Und damit wird das zweite auch erledigt. Und ich skill mal wieder weiter. Den Feuerball mal noch einmal hoch. So. Gut, gut. Ich kann wieder was herstellen, wahrscheinlich. Ah, Fleischrago, okay. Und hier unten. Wo liegt hier das Holzbein? Hm. Also es ist im Osten hier von dem Turm, aber... Nee, hier ist auch kein Holzbein drin. Man sieht den Wachturm nicht. Also ich glaube nicht, dass hier jetzt irgendwo... Dass ich hier irgendwo das Holzbein finden werde. Ah. Gut. Die guten alten Blutfliesen. Ähm. So. Mach ich die mal gerade platt. Das müssen immer drei sein. Irgendwie. Die schlafen immer... Ja, die hängen immer in Dreiergruppen rum, die so Blutfliegen. So, was haben wir hier? Heilpflanzen. Gut. Schade, dass Nacht ist. So, hier ist der andere... Höhleneingang. Hier ist da noch was. Thymian. So. Da steht so ein Schild, dass es nicht mehr weiter geht. Aber natürlich geht es hier noch weiter. Sonst wäre hier ja keine Tür. Gut. Uh, hier ist es sehr dunkel. Ah ne, es wird... Wird noch etwas erhellt. Oh, was ist das für ein Vieh? Hm. Schamanen. Was haben wir hier? Hier ist nix. Da ist der Erste. Bäm. Feuer ich jetzt mal mit meinen... Feuerwellen ab. Oh, da hinten die Schamanen, die... Ähm... Schmeißen schon ihre Eifritze nach mir. Äh. Und das mit Erfolg. So, aber jetzt mach ich... Ah, ist nur einer. Ich hab knapp hier ein Zwei. Jetzt mach ich den Platz. So, das war's mit dem Schamanen. So, der hatte gerade Armschienen. Oh, Moment. So, ein kleiner Cut. Da hatte nämlich gerade einer angerufen. So. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Armschienen hatte einer dabei. Und hier war noch jede Menge neues Zeug dabei. Diese Goblin-Kolle ist nix. Dieses Schild ist genauso gut wie meins. Hier die Armschiene ist schlechter wie meins. Oh, okay. Äh. Also nix. Nichts besonders. Was ist das? Nachtaugen-Elixier. Oh Gott. Bin so was komisches. So. Wo sind so Pilze? Was war das denn? Jo, 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 Kuhu. Goblin-Schamanen verwenden diese Waffe um bla bla bla. Okay. Da ist auch so ein... Ah, ne. Das sind Dämonen-Käppchen. Das sind andere Pilze. Gute alten Fleischwanzen. Wie hießen diese Pilze jetzt nochmal? Ah, Eisenpilze. Genau. Was haben wir hier? Ah, eine Innos-Statue. Mhm, okay. Puh, okay. Hier war jetzt mal noch kein Pilz. Schade. Das Holzbein werde ich hier auch nicht finden. Ah, ein Mollerett. Und noch ein Mollerett. Dann mache ich die beiden doch mal platt. Da hinten steht noch einer, oder? Ja, da hinten in der Ecke verküßt sich noch ein Mollerett. Ein weiterer. So. Und dann sammle ich mal noch gerade die Pilze hier ein. Leider sind es nur Dämonen-Käppchen und keine Eisenpilze. Ich habe noch keinen einzigen Eisenpilz gesehen. Das ist natürlich schon schade. Ich kann wieder was herstellen. Gebratenes Fleisch. Gut. Ist das Eisenpilz? Ne, die kann man nicht aufheben. Tja, das ist schon doof hier, dass ich keinen Eisenpilz finde. Deswegen bin ich doch hergekommen. Eigentlich. Um in dieser Höhle hier Eisenpilze zu finden. Da steht doch eine Spitzhacke. Wieso kann ich die nicht aufheben? Hier steht schon wieder so Dämonen-Käppchen. Ah, hier ist die Dings. Die Gräber der Magier. Die Rune der Eisigen Macht. Zu den mächtigsten Runensteinen, die jemals gefertigt wurden, zählt eine Rune, die den Jaken da zuzuschreiben ist. Und gemeinhin eine Rune der Eisigen Macht zeichnet wird. Aha. Okay, brauche ich jetzt aber... Moment mal nicht. Ähm... Fiole. Die kann man immer mal mitnehmen. Ja, super. Und wo sind diese verdammten Pilze? Ich habe noch keinen einzigen... Ja, da hinten ist auch schon diese Wand. Ich habe noch nicht mal einen Pilz. Ist das hier so ein Pilz? Ne, auch nicht. Achso. Ich habe gedacht, ich würde da hinten rauskommen. Okay, dann kann auch sein, dass hinter dieser Wand erst die Pilze sind. Hier ist ein Destillierkolben. Ich brauche nicht lang, dann macht es... Und die Mine ist offen. So. Da haben wir das Destillat. Dann werde ich mal. Oh nein, nein. Entschuldige. Du hattest die ganze Arbeit. Dann willst du sicher auch den Spaß. Hier. Schmelzt du das Geröll weg. Alles klar. Wird erledigt. So, dann... Äh... Ah. Ja, okay. Das ging ja ganz gut. Ähm... Digga, werde ich mit dir reden? Ne. Dann werde ich doch hier hoffentlich... ein paar Pilze finden. Auf jeden Fall, die sind hier schon mal Adern. Ah, cool. Da kann ich direkt dann immer alles rausnehmen. Nicht mehr so mühselig, wie das bei Gothic 3 war. Wo man... Ich mach grad ne Pause. An jeder Ader immer hacken musste, wie so ein... Ähm... Oschi, um da alles rauszuhören zu können. Aber ich hätte mal gerne so einen Pilz. Noch keinen einzigen Pilz gesehen. Aber man muss sagen, ziemlich groß hier sind die Mine. Nicht so groß, wie die Mine in Gothic 1 damals waren, aber... Zumindest bisher noch nicht, aber... Groß ist sie ja schon. Aber kein einziger Eisenpilz. Äh... Wo bin ich denn jetzt? Achso. Bin grad im Kreis gelaufen. Ja, hier war ich noch nicht. Ich hoffe mal, dass hier jetzt irgendwo Eisenpilze stehen. Weil da hinten ist ja jetzt gleich ein Ausgang, laut der Karte. Oh, vier Mollerats auf einem Haufen. Das sind jede Menge.